Hallo, Franklin. Hallo. Was geht hier ab, Leute? Ui, was sind das? Was sind das für Priester hier? Hallo? Ich weiß nicht, was passiert. Wir werden es zusammen erfahren, Freunde. Und... Wow! Jo, Leute, was geht? Heute wird es in GTA 5 ein spezielles Video geben, Leute. Ihr wisst ja, dass Halloween bald am Start ist. Und Franklin geht heute in ein Haunted House, also in ein verspuktes Haus. Aber es ist sein eigenes Haus. Wie ist das, dass du gekommen bist, Freunde? Und wie es ausgeht. Das erwartet in dem Video. Deswegen vergesse ich, ein Like da zu lassen. Lasst gerne noch kostenlos ein Abo da. Wir starten aber jetzt mit dem Video. Und dann werden wir schauen. Leute, seht selbst, was passiert ist. Ja, ja, ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Jetzt hör mal auf, so zu stumm zu klingeln. Hallo? Wow. Ähm... Wer sind sie? Sie sind ein Priester. Was machen sie hier? Kann ich... Kann sie das ganz kurz fragen? Was machen sie hier? Hallo, Franklin. Hallo. Halloween rückt langsam näher. Ich brauche dein Haus dafür. Komm um drei Uhr morgens wieder zurück. Dann wirst du eine schöne Überraschung kennenlernen. Entschuldigen Sie, aber warum sollte ich sie in mein Haus lassen? Um drei Uhr morgens? Wissen Sie was? Gehen Sie raus. Raus. Ich will sie nicht mehr hier sehen. Raus aus meinem Haus, okay? Auf Wiedersehen. Tschüss. Er will nicht gehen. Ja, raus. Raus hier. Sag ich ganz schnell. Raus. Gehen Sie sofort. Kommen Sie nie wieder zurück. Auf Wiedersehen. Ich will Sie hier nicht mehr sehen. Freunde, was ist das für ein komischer Typ, ey. Drei Uhr morgens soll ich nach Hause kommen. Der will irgendwas mit meinem Haus machen. Komischer Typ, so. Ich würde sagen, wir machen uns einen ganz entspannten Tag mit Franklin, Freunde. Puh, Freunde. Wir hatten eine ganz coole, entspannte Golf-Session. Die ging aber auch wirklich tief in die Nacht rein. Wir haben jetzt mittlerweile schon zwei Uhr elf und es ist kurz vor diesen drei Uhr morgens, die dieser komische Priester genannt hat. Ähm, ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause und gehen dann nach Hause und ich hoffe mal, dass mein Haus geschlossen bleibt, dass der Typ da nicht reingekommen ist. Das hoffe ich mal zumindest. Boah, okay. Wir sind gleich zu Hause angekommen, so. Woah, woah. Oh mein Gott, was? Alter, hatte ich gerade einen Autounfall oder so? Puh. Woah. Ey. Was ist mit Ihnen los? Wo kommen Sie denn auf einmal her? Wollen Sie mich segnen, dass ich hier jetzt ins Jenseits komme wegen dem Unfall oder so? Alles gut. Ich bleibe hier auf Erden. Ich bin nämlich noch ganz entspannt hier drauf. Ähm, aus dem Grund würde ich empfehlen, Sie gehen jetzt ganz schnell weg. So, Sie gehen jetzt... Wo ist der Typ hin? Hallo? Oh! Ey, jetzt... Jetzt hören Sie aber mal auf mit diesem Spielchen. Was soll das? Was soll denn das? Warte, ich mach das nochmal. So. Rechts. Und le... Das ist kein Priester. Das ist irgend so ein... So ein Dämon ist das. Okay, Leute. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Oh! Was passiert? Ich seh wieder gar nichts. Hallo? Es ist zu weit weg. Was ist hier los? Okay. Was geht hier ab, Leute? Oh, ey. Was sind das? Was sind das für Priester hier? Hallo? Warum geht es so viele von denen? Oh mein Gott. Wo sind wir hier, Freunde? Alter. Was habt ihr mit mir gemacht? Hört auf! Hört auf damit! Stopp! Okay, wir müssen los. Freunde, jetzt im Real Life, jetzt fängt einfach an, einen Hund zu bellen. Ey, geht weg! Hört auf zu lachen, das ist nichts witzig. Hier ist nichts witzig. Geht weg! Lasst mich allein, ich will nach Hause. Wann, sind wir gleich zu Hause? Okay. 3671. Ich glaube, wir sind da angekommen. Freunde, wir sind ja nicht zu Hause. Oh mein Gott, was war das für ein Höllentrip? Wie viel Uhr haben wir? 3.11 Uhr. Okay. Also der Priester meinte, um 3 Uhr sollen wir nach Hause gehen. Und ich habe keine Ahnung, was er mit meinem Haus gemacht hat. Ich hoffe mal zumindest nicht, dass er drin ist. Ich hoffe, dass ich jetzt einfach reingehen kann und dass alles gut ist. Ich glaube auch... Hallo? Das ist normalerweise nicht in GTA. Okay. Ja, die hängt ein bisschen ab. Padumts. Ja, super Wortwitz übrigens. Ich würde sagen, Leute, Freunde, wir gehen jetzt in mein Haus rein. Ich weiß nicht, was passiert. Wir werden zusammen erfahren, Freunde. Und... Wow! Okay. Okay. Was bitteschön geht hier ab? Hallo? Ist hier jemand? Also, ja, eindeutig ist hier jemand, weil hier ist irgendwas passiert. Okay, Leute. Es sieht aus, als würde mein... Ich höre... Ich höre Geräusche. Ich höre Geräusche, Leute. Die kommen von unten. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein, Freunde. Dieser Typ hat, glaube ich, aus meinem Haus irgend so ein Horrorhaus gemacht. Der hat ein Haunted Haus daraus gemacht. Was ist denn das da hinten? Okay. 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 Nein, 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 nein. Das... Nee, 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 nee. Okay. Ich bin raus. Ich bin raus. Offiziell. Keine Chance. Ich gucke mir das hier nicht länger an. Alles klar. Job hat sein Hundefutter noch gegessen. Das ist alles gut. Alles entspannt. Hier ist alles sogar relativ chillig, muss ich sagen. Also, von hier aus sieht alles ganz nice aus. Ah, schöner Ausblick, Leute. Auf den nächtlichen Himmel von Los Santos mit den schönen Lichtern. Und, äh, mal wieder sage ich irgendwas. Und plötzlich ändert sich das Wetter und wir haben einen Stromausfall. Ey, besser geht's nicht. Besser geht es nicht, Leute. Wirklich. Ja, das ist eine super Atmosphäre. Äh, das war echt toller Witz. Wirklich. Ist alles schön und gut. Ich weiß, wir haben bald Halloween, aber ihr könnt jetzt damit aufhören. Ihr könnt jetzt damit aufhören. Macht das Licht bitte wieder an, okay? Hallo. Hallo, wer auch immer hier. Macht bitte das Licht an, okay? Ich gehe da nicht runter, bis das Licht nicht an ist, okay? Das meine ich ernst. Ich gehe nicht runter. Puh. Oh, Gott sei Dank, Freunde. Licht ist an. Aber das Wetter ist halt echt stürmisch aktuell. Leute, ich habe eine Idee. Ich glaube, wir gehen einfach von außen rein und schauen uns mal an, ob wir hier was finden können. So, hier ist alles entspannt, glaube ich. Puh, okay. Job. Was hast du mit Job gemacht? Ist das der Joker? Was hast du mit meinem Job gemacht? Ey. Ich glaube es nicht. Leute, dieser Ort ist auf jeden Fall verflucht. Okay. Okay. Ich gehe da nicht mehr. Oh. Was ist das hier? Okay. Was geht hier ab, Freunde? Oh, mein Gott. Oh, das ist der Priester. Das ist dieser Priester, Freunde, von dem ich gerade gerade geredet habe. Oh, was ist da im Spiegel? Was geht da alles ab, Freunde? Okay. Ich glaube, ich bin raus. Hä? Jetzt ist die Gestalt im Spiegel verschwunden. Ey. Ey, Priester. Lass die Frau dort in Ruhe. Du hast hier komplett den Boden eingesaut. Jetzt muss ich alles sauber machen. Dieses Haus gehört jetzt dem Geist. Nein. Die gehören jetzt nicht dem Geist. Denn dieses Haus ist mein Haus. Du gehst hier raus. Okay. Ich störe dich nicht. Oh, mein Gott. Leute, wir müssen hier raus. Okay. Warum bin ich so langsam unterwegs? Alles cool. Alles cool. Alles cool. Das ist alles cool, Leute. Das ist nur ein Traum. Das ist nur ein Traum. Wirklich. Alles ist cool. Alles ist ganz entspannt hier. Es wird alles gut. Es wird alles gut, sage ich euch. Warum läuft Franklin so langsam? Läuft doch mal schneller. Uh. Warte. Ich habe da eine Frau unten gesehen. Habt ihr die unten gesehen? Ich habe das Safe-Füße gesehen. Da waren Füße. Ich habe das gesehen. Moment. Ich trigger das irgendwie. Das kann doch nicht sein. Was geht hier ab? Lo, 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 lo. Was ist das? Was ist das? Hallo? Oh, mein Gott. Was? Ah. Okay. 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 Ich gehe hier raus. Das... Nein. Ich kann nicht raus. Das ist mein Zuhause. Ich muss diesen Typen vertreiben, der hier irgendwelche komischen Geister in mein Haus gelassen hat. Ich bin mit ziemlich... Da ist ein... Da ist was. Leute, real talk. Da hinten ist eine unsichtbare Gestalt und ich weiß nur nicht, wie man sie sichtbar machen kann. Vielleicht muss ich nach hinten gucken, dann ist sie wieder da. Aber da war etwas. Ich bin mir zu 100% sicher, da war etwas. Ja. Da ist es. Da sind die Füße. Ich habe es gesagt. Ich habe es euch gesagt. Die ist existiert. Jetzt ist sie wieder weg. Leute, in meinem Haus sind Geister. In meinem Haus sind Geister und ich muss sie vertreiben. Ich muss diesen Typen erledigen, Freunde. Sonst geht das nicht. Ich muss dieses Haus hier retten. Er fängt schon wieder an zu lachen. So richtig komisch, dieser Typ. Ich muss sie jetzt alle verdrängen hier. Raus aus meinem Haus. Oh nein. Mein Pool ist sogar noch voll. Und ich kann auf Wasser laufen. Was geht hier ab? Oh mein Gott. Bin ich irgendwie... Okay, Leute. Das ist echt cool, muss ich sagen. Ey, danke schön auf jeden Fall, dass ich jetzt auf meinem eigenen Pool laufen kann. Aber ihr müsst jetzt alle gehen. Das sage ich euch. Ihr müsst jetzt gehen. Hier gibt es keine Beschwörung oder so etwas. Und bringt meinen Job wieder zurück. Sonst raste ich aus. Bam. Genau. Ja. Du kannst dich mit mir anlegen. Ja, ja, ja. Ganz genau. Bam. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe keine Angst mehr vor dir. Ja. Okay. Ich weiß nicht, was passiert, aber... Wow. Jetzt ist diese Gestalt schon wieder aus dem Spiegel drin. Freunde, was ist das? Warum? War... 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 Wie? Wo? Was? Da ist diese Person, Freunde. Hallo? Oh mein... Nee. Nein. Das war's. Ich bin raus. Ich bin hier raus. Ich bin hier raus. Das war's, Kollege. Raus. Raus aus meinem Haus. Raus mit diesen Geistern. Halt irgendwas liegen lassen. Okay. Das war's hier. Schluss. Vorbei. Okay. Was ist jetzt... Es ist alles hell. Jetzt wird alles hell. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Jetzt ist alles hell. Puh. Ich sehe langsam wieder was. Oh. Es ist Tag? Hä? Es war doch gerade drei Uhr morgens. Wie kann es denn jetzt plötzlich Tag sein? Ist mit meinem Haus alles in Ordnung? Okay. Im Pool ist keiner mehr. Mein Bett ist soweit noch in Ordnung. Oh mein Gott. Leute. Was war das? Bitteschön. Ich werde sowas nicht mehr machen. Also, keine Ahnung. Dieser Priester. Der ist ein komischer Typ gewesen. Ein ganz komischer Typ. Leute. Ich glaube, unser Haus ist safe. Oh mein Gott. Freunde. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Vergesst nicht gerne, Leute, auf Support ein Like da zu lassen. Lasst gerne auch kostenlos ein Abo da. Hier einfach auf den roten Abonnieren-Button drücken. Halloween ist bald am Start. Ich hoffe, dass euch die Episode gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Eid-Zunk ist raus. Haut rein, Freunde. Und ciao. Eid-Zunk.